So Freunde, willkommen zurück zu Hades 2. Ich habe gegrindet, ich habe hauptsächlich Ressourcen-Runs gemacht, bin maximal bis zum dritten Level gekommen, habe den dritten Level-Bus aber noch nicht besiegt. Und ja, Hauptgrund dafür ist meistens, dass ich, wie gesagt, auf Ressourcen gehe und verschiedene Dinge ausprobiert habe, um zu gucken, wie Fähigkeiten von gewissen Göttern wirken. Und war ja noch nicht. Ich denke mal, es wird ja Story sein. Nee, es ist ein Run. Okay. So, natürlich erstmal die Seltenheit ausnutzen. Du erstellst langsam wieder her, ist das super. Wird um 70 reduziert, egal. Also Mana-Regeneration merkt man häufig für großen Schaden und viele Fähigkeiten. Oh, was? Also hier gibt es auf jeden Fall. Hier finde ich vielleicht Baumwolle, die ich brauche. Wieso verliere ich denn Gesundheit einfach so? Ja. Ach, das ist dasselbe wie Sacreus. Sacreus, äh. Okay, interessant, spannend. Ähm, okay. Ich hab nicht genügend Mana, stimmt. Oh no, gut, dass sie angst. Okay, wir probieren das gleich nochmal. Ähm, mal gucken, welche Waffe ich bekomme. Okay. Okay, ne Zauberformel, die vielleicht mal für uns bestimmt ist. Nicht mal er sehen konnte. Ja, äh, nicht die gewünschte Waffe bekommen, deswegen nochmal an die Oberfläche, aber vielleicht will er ja wagen. Ah, okay, gut. So, Zeit zum Chillen. Entgleitet euch. Uff. Ist ein cooler Grafikstil, der bei den Gesichtern kommt. Sieht super aus. Hier hat sie so braune Haare, ne, was eigentlich gar nicht so wirkt in den eigentlichen... Das ist, äh, von den Schicksalsgöttinnen, ne? Ein Sohn, eigentlich wie Inkarnation des Unheilts. Sohn, ein excellent spinstress, who could maybe help with your technique. Hm. What did you do while they were busy spinning away? Well, I would travel the world. To witness mortals in their final moments. Look them square in the face as they perished. Often in horror. You do this for recreation's sake? The nature of the role leaves little time for recreation. And it's all I could do, to make those final moments dignified. Though I don't think the gesture always comes across. Ne, nicht immer. I'm sorry. Ah, voll entspannt ihr. I've not felt so refreshed and, well, it's been a while now. Ich wünsch dir mir, Deutschland hätte so ne, so ne Kultur, äh, dass in Japan Badehäuser... Wo bist du denn? Bade... Das ist doch hier die, 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 die Armbrust vom Teil 1. Hm, wo? Hm, wo? Hm, auf jeden. Whatever it is you heard, please keep it confidential. Look, I do want you to feel welcome here and safe. It's not just something that we say. All of us have lost something here. May this... Wow, made with real golden apples. Thanks, babe. You're the only one who's made a real effort to bring me into the fold. Say, why don't you take this? It's not much, but I've been holding on to it and... Oh, this way isn't necessary, but, ähm... Thanks. I will not fail. Oh, Froschi's dabei! Oh, und der Hestia-Bild, sehr gut. Flamme an, sag ich mal. Okay, brauch ich ja gar nicht mehr. Ähm, okay, Flamme-Bild. Also, wir können Hestia... Ach ja, gut. Wir können Hestia nehmen. Wir können Hephaestus nehmen, den Schmied. Und wir können Apollo nehmen. Der diese Nova-Lichtfähigkeiten hat. Alles geben Flamme. Natürlich nehme ich gleich wieder. Flamme an... Oh, diese Schurken, die sind so nervig. Und Mond, okay. Okay. Wenn Streitab, der drei Sekunden anhält. Die Attacke, die macht dich stationär. Die ist nicht gut. Zufällig gedöten Gegner. Verlangsam die Welt. Verlangsam die Welt. Verlangsam die Welt. Es ist dein. Okay, 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 okay. So, Herkules wieder da? Nee. Okay. So, erst golden. Nice. Ähm, gucken wir mal. Okay, Hestia ist gut. Doppelleben ist gut. Hammer ist gut. Damit haben wir schon mal drei. Okay, nehmen wir Hestia, Doppelleben, Hammer und Hephaestus. Also nochmal Hestia. Das heißt, ich nehme erst den Hammer, um eventuell den... Übelsten Angriff, den ich schon habe, mit sehr selten, den zu pushen. Oh! Oh, das ist ein Karp. Oh, das ist ein Karp. Oh, das hat alles anstrengend. Na! Na! Ah! Eine Angriff speisen sich. Sehr gut! Das wollen wir sehen. Ähm, so. Ähm, ach nee, ich habe ja gar keinen... Ich habe jetzt wieder geschaufelt für Kräuter und Samen, weil ich keine mehr habe zum Pflanzen. So, Hammer ist da. Jetzt würde ich mich auf... Wenn ich jetzt noch für den normalen Angriff Hephaestus bekomme, dass er manchmal dieses Dings auslöst. Das wäre gut, das wäre gut. Immer schön zurückziehen. Jetzt für den letzten Angriff. Jetzt für den letzten Angriff. Muss. Bankreiß. Schaden. Betreten. Gebiet. Äh, nehmen wir dich. Ich wollte auch auf Flamme gehen. Das war bestimmt jetzt Stein, oder? Tote Schafe. Oh. Okay, gehen wir hier auch noch rein. Oh, Gold. 105. Okay, und zurück. Oh, noch eine Tür. Oh, Flamme. Okay, und das war's. Ja, das war's. Ja, ich will das. Ja, ich will das. Ja, ich will das. Also ich vermute, er macht mir Schaden. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. In the name of Hades. That's all it takes, huh? You earned your share. This gift. You live. By my good graces, Grump. I aim to cleanse the filth down to the source. What a coincidence. I go. They try to slow me down. So, noch drei. Ich glaube, langsam sollte ich auf Herzen gehen. Wo waren sie noch mal? Ähm. Was? Rechts außen. Oh. Langsam sollte ich auf Herzen. Lalalalalalalalalalalalalala. Anderem… Zombies müssen mit Feuer bekämpft werden. Hey, das Spiel. Habst du nicht die alle? Gott, das will. Okay. Where else can we go? Zweimal toll. Ich sag doch, du siehst so wenig, wenn's dann mal richtig losgeht. Dann noch die Bomben und wiederholt versingen. Yes, das nehmen wir. Mehr Macht für mehr Feuer. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Noch ne Tür. Ne. So, noch eine Pylone. Das heißt, wir gehen noch mal Hestia, um mehr Klamme zu haben. Um, um, Hm? Ja, trifft mich denn. Du siehst halt nichts. Es ist einfach nur eine Überladung von Effekten. Du hörst mich auf meiner Autorität. Kraftquelle? Was ist denn Kraftquelle? Wäre nichts schlimm. Aber das wäre schon nice. Oh. Kraftquelle war Stein, deswegen nicht notwendig. Gut. Jetzt geht mir nochmal Flamme an. Okay, nicht das, was ich will, aber ich nehm's mit. Bankreis für den Flächenschaden zu. Du stellst mir an, wie du nach den einzigen Wungen anstelle stehst. Dein Bankreis für den Bonusschaden zu. Bankreis, Bonusschaden. Mit der Flamme macht wohl am meisten Sinn. Flamme in Tusch. Okay, ich hebe mir das Gold auf, als es weitergeht. Ich hebe mir das Gold auf, als es weitergeht. Ich hebe mir das Gold auf. Ich hebe mir das Gold auf. Betein. Es geht mir das Gold auf. Bruder. Hebe. Ab und Confroßen. InOP. Spiele. Die Flamme in Tusch. Es ist an Wunderschade. Spiele. 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 Ich weiß, dass du hier bist. 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 Ja. Ich weiß, dass du hier bist. 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 Genau, bleib einfach an der Ecke hängen. Ich weiß, dass du hier bist. 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 Ohhhhhhh Ich kann es nicht. Oh, gut. Kranos so liebt sein Gold. Ich kann es nicht. Kugelblitztorpedo. Kugelblitztorpedo. Kann ich dann überhaupt noch... Könne ich das dann überhaupt noch nutzen? Wenn der das nicht reservieren kann? Ich glaube nicht, ne? Entladungspower. Am besten noch einen Buff für Entladungen. Zusatzeffekt. Gucken wir nochmal nach. Ja, noch einmal habe ich ihn. Um, ja. Oh, das ist doch perfekt mit diesem Bild. Oder? Das ist doch perfekt. Jetzt brauche ich nur noch die Doppelgesundheit und dann bin ich durch. Soll ich. Das ist doch schön. Jetzt nehmen wir diese Doppelgesundheit. Wie war das? Did you? Ich glaube, es wirkt aber nicht. Gelegentlich, okay. Also kann ich es noch nicht wirklich sagen. Jeglicher, der den Zufix ist potenziell kritisch. Da ich wahnsinnig viel Blitzschaden raushaue, würde ich das nehmen. Drei Prozent. Ich hau so viel Blitze raus. Die müssen doch alle dann drei Prozent Kritzschatz haben. Zeit, um zu gehen. Verzüglich, Aethira. Hier ist das Gold. Jetzt, Cerys! Ja, ich habe nur einer voll. Dann wollte ich nur den Versenkungsbandkreis nehmen. Aber Angriff und Spezialität zwei macht. Mit dem Blitzen und dem Krit. Ich probiere es. Ich bin warm. Ah, almost got it. Finish one. Why, thanks. Ah, too bad. Ich habe schon Pleinale ausgedrückt. Oh, 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 oh. Seine Attacken sieht man so schlecht. Aber der Bild ist ja Hammer. Schlaf ein. So. Daumenwoller. Ja, eigentlich einer der besten Builds, die ich jetzt habe. So, dich kann ich wechseln. Der nächste Hüter verliert 5%, du erleidest minus 15 Schaden durch Hüter. Ich glaube, ein guter Bild. So viel Schaden, so viel Crit. Beyond this Rift, the mountain of the gods. Das erste Mal zu früh, ach stimmt, da war ja was. Aber aus Schiff. Okay, Mana lasse ich weg, deswegen nehme ich Gold. Oh. 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 Das istитьifATH. Statt outreach zu dir. Was ist das? Komm schon! Noa! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieso sind die Zeichnungen in dieser Oberwelt so anders? Weil sie nicht perfekt sind wie die Götter? Ja, das Gebiet reservierst du 40, um deinen Spezialität 20 nachzuverleihen? Brauche ich! Die Zeit von der Mondfähigkeit Langsamen, ruf Beschloss herbei Es lohnt sich nicht mal, ich hab ja nicht mal Mana Alter Schwede, ich bin so blöde Und 140 Mana Du hast meine Lichter Ich hab jetzt einen Angriff gerappt Sturmschlag, Kettenblitzschaden, ja Na, dammit! Greif mir aber schnell an, ey! So, ich brauch jetzt Mana Wo ich dann mein Bild wegmache Wo ich Mana von Dämonen brauche Ja, natürlich triffst du mich nochmal Oh, ich lebe Oh, der Boss Die Hydra auf neue War ein Versuch Spannende Ja, natürlich Ich hab gesagt, es ist nicht gut